können wir noch ein schmortopf fressen sogar zwei gab es jetzt noch irgendwo rück reingehen könnte da die schule oder kirche was sein sollte da hinten das sollte eine schule sein ja in der schule kann ich rein grundschule was gut er kommt nicht durch Dein Arsch gehört mir! Blim! Geht ihr raus? Ja. Schreibtisch. Da hat der Lehrer ein bisschen raucht, wie eine Schlund-Uhrlehrerin. Hier sind drunter ein paar Kinder geschlafen. Da kommt noch rein. Kirchenkeller von Searchlight. Ja, macht ihr schon, Leute. Macht ihr ja gut. Sehen wir ja durch. Ich glaube, Ina ist gerade durch die Welt gebackt. Gut. Oder auch nicht. Holy Hand-Granaten. What the fuck? Sollte eine Anspielung von Worms sein? Also es wird als einzig sein fallen. Mit, äh. Mit, 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 wie heißt es? Wie heißt das Wort? Mit den Heiligen Hand-Granaten. Mal Red Away nehmen. Was bringt eigentlich die Strahlenkrankheit jetzt aktuell? Äh. Ich könnte hier Strahlenkrankheit. Minus eine Stärke. Minus... Oh, wei, oh, wei. Also halt gut durch. Red Away. Red Away. Red Away. Oh, Red Away. Alter. Nehmen wir die Heiligen Handkanten mit. Oh, schleichen. Mit C. Chinesische, bla. Ja. Was ist das für ein Ort? Hä? Ostgoldmine. Ich bin unseher, ob ich jetzt da rein gehen soll mit Buhn. Pickaxe? Was soll denn hier sein? Viper. Was soll denn hier sein? Na, reicht's schon? Oh, der Granatwerfer, ob das war kürtig? Oh, der Granatwerfer, ob das war kürtig? Oh, der Granatwerfer, ob der Granatwerfer, ob das war kürtig? Okay. Buhn? Soll mir recht sein. Muss ich kurz mal mitnehmen. Nehmen wir kurz mal Reitwitter mit. Die hat noch Goldhaut. Die Giftdrüsen, die Ziraretten, die Speckeneier, die Stangenziraretten. Also, es wird wieder laufen. Auch wenn ich dann meine ganzen Waffen nochmal wieder. Ja, wozu standen jetzt hier? Was war der Sinn von denen hier? Heipulver zweimal. Also, ich hab hier gefühlt nix. Ich hab hier gerade, bis ich hab gerade Grenzort bekommen, auf einmal wo die da waren. Alter, haben die alle scheiß Granatenwerfer? Klar. Klar, mit Granatwerfer einfach mal so. Aber zwei Leute einen scheiß Granatwerfer haben. Was ist das denn für ein Beschiss? Super Schwert. Why? Hi. Kann ich mich noch ein bisschen an dem Ball? Da gibt's eigentlich noch, wenn es halt ein Ost-Goldmini gibt, soll ich noch eine westliche Goldmini geben. Theoretisch muss jetzt alles an sein hier und kein guter Respawn hier direkt von den Geschützen angegriffen werden. Ja, ich bin ja strahlenverkrankt. Viele Türen sind einfach barrikadiert. Was ist da denn? Hey, was ist das denn? Hey, was ist das denn in der Herde? Ich sehe da. Ja, eine Kasse dörten. Achso. Hallo. Warten Sie kurz mal. Diesen Ort sollten Sie meiden. Achso. Die ganze Stadt ist lebensgefährlich verstrahlt. Äh, wenn es völlig verstrahlt ist, warum sind Sie denn auch hier? Was ist passiert? Vor dem Vorfall war ich in Camp Searchlight stationiert. Seitdem habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Reisende von diesem Bereich fernzuhalten. Was ist passiert? Wie haben Sie überlebt? Wie haben Sie überlebt? Wie kamen die Legion ins Lager? Ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht gibt es im Lager Hinweise darauf. Aber ich werde da nicht reinlaufen, um es herauszufinden. Hier dann eine andere Frage. Na? Wohin sollte ich stattdessen gehen? Gehen Sie nach Norden, Richtung Nowak. Suchen Sie nach einem großen Dinosaurier. Den können Sie nicht verfehlen. Äh, was ist so gefährlich in diesem Ort? Warum Nowak? Weil es dort deutlich sicherer ist als hier. Kann ich Sie nach Private Edwards fragen? Wer ist Private Edwards? Er ist ein Ghoul im Camp Searchlight. Wenn er ein Ghoul ist, sollten Sie ihn töten. Man sollte einen tollwütigen Hund nicht leiden lassen. Na klar. Wer... Aha. Hat sich der Ghoul sich jetzt einschlichen? Ah. Der gehört wertvolle. Feuere Abführung. Ja... Mhm... Ja... Kann man eins machen wegen einem Wodka-Wecker nur. boom sei mir recht gibt mir alle zu was zu fressen hast vielleicht auch das hier vielleicht machen hundesteak gut gut ein dass ich ein hundesteak machen kann aber sonst nix nix soll mir recht sein so gut also stunde mal reparieren alles soll mir recht sein das weg das weg das weg das kannst du haben den ameisen scheiß wo ist der ameisen scheiß hin hier feuer ameisen fleisch großhorn fleisch kann nichts machen so wir gehen erstmal nippten genau für leere flaschen hebe ich das auf und bekomme schlechtes kam kann ich selber sonst das boulder flasche jetzt machen weil ich kein nix dazu habe sprengstoff impuls plasma schlittergranaten was ihr nicht braucht kann ich gebrochen gut wir nach nippten quatschen mit den pulverbandit an wer was davon weiß also dann schluss scop univer respawned Okay. ich will am liebsten sollte strahlanzug mitnehmen von apartment ich hatte schon diesen wie legion oder ich rühre mich warte mal hier vorher den pulver verdienten zusammen haust worum geht es denn diesmal ist für irgendwelche rnk vorräte ich sah wie einige legion ersche kisten in einer höhle nördlich von hier schleppen könnte rnk kram gewesen sein keine ahnung wieder ich sage wirklich ich war nicht der tod ist keine wiesen ich weiß nicht